So Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Tennis of Exil mit eurer Jigga Tobi und weiter geht es, wir müssen jetzt zum Ziprath Seehafen. Ziprath? 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 Let me go check on the ship's schedule. I'll be right back. Lady Mila! I finally caught up with you. Ivor, what are you doing here? When I saw your face on the wanted posters, I knew I just had to find you right away. But what about your duty to protect Niakara? I begged the villagers to let me come to your aid. They were very understanding. You imbecile. That's not the point. Don't you reali- Lady Mila, are you okay? Your... your legs... You! Tell me what you've done to her! Stand down, Ivor. This wasn't Jude's fault. I brought this upon myself. But you wouldn't be in this predicament if I'd been by your side. Listen here, pimp squeak. Handmaids are made, not appointed. One must dedicate his life to serving and protecting Lady Mila. It is an esteemed position for real men. Manly men! She may have commanded it, but clearly it was a mistake to let an uncouth, unreliable, underhanded stranger like you serve her holy person. Now, come with me, Lady Mila. Wait! My father might be able to heal her legs. If what you say is true... I will be the one to take her to see him. I've had you pegged as a phony from the moment I laid eyes on you. Now know your place and be gone! Come on. You can accompany her if you like, but I'm coming too. Hmm. Ivor. Stop this nonsense. Please, Lady Mila. Stay where you are. You will thank me for this later. Ja, ja. Ey, jetzt will er sich auch noch hier herausstellen, dass er so der Tolle ist. Willst du allow this to happen? I... Shut up! I don't need... I tried. I said shut up! It's time for you to paper your sins, you bastard! Wieder durchdreht der Ivor. Ey, Junge, chill mal dein Leben. Lol. Ey. Ivor. Aha. Man. Arsch, ey. Man, der zieht ja schon viel ab. Ja, Junge, chill mal dein Leben. Ich kann gar nichts machen, wenn er uns haut. Ist voll kacke. Aber der ist ziemlich schnell. Muss man schon sagen. Lol. Ja, Junge, ist gut. Ey. Not yet. Not yet. This is not good. Oh. Not yet. Ha, 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 ha. All right. Ah, der dreht voll am Rad hier. Not yet. Not good. Ja, chill mal. Wenn ich mich heilen will, dann will ich mich heilen. Und nicht, dass du mich auch noch eine draufklopst hier. Das ist so ein Arsch, ne? So, jetzt nochmal. Weißt du, da kommt der hier mit seinem Oh, ich bin so toll. Aktion an. Den werde ich noch zeigen, diesem Hosen-Scheißer da. So, okay. Okay, willst du auf die Mütze? Dann kriegst du ihn auf die Mütze, du. Ja, uh, du bist ein ganz toller. Ja, weißt du, das kannst du, ne? Hier so rumsmashen und so, ne? Alter, was für ein Penner ist das überhaupt, ey? Ich bin Assi, ey. Ja, komm. Alter, wie viel Leben da abziehen, ne? Nein! Ey! Ernsthaft, was ist das für ein Kack-Gegner hier? Ich peile da nicht durch, ey, wie der abgeht hier mit seinen Oh, ich bin hier doppelt Kling-Typi, ich bin so toll. Weißt du? Mann! Oh, was für ein abgedrehter, ey, Gegner hier, ey. Wenn er sich jetzt beweisen will, dass er hier der Stärkste ist, weißt du? Da ist ja nichts Besseres vor, dieser Typ. Ja, sicherlich, komm, mal klar. Alter, so ein Penner, ey. So. Ja, kannst du deinen Dingster einsetzen, bitte? So. Ja, komm. Mann, was ist das für ein Penner, ey? Ja, klar, wie viel der abzieht schon, Alter, ey. Denkst du schon, der wäre so voller Babu, ey? Ohne Witz. Mann, ey. Was für ein... Mann, ey! How dare you allow this to happen? I... Shut up! I don't need to hear your excuses. I tried. I said shut up! It's time for you to pay for your sins, you bastard! Now! Not yet! Now! Not yet! Huh! Huh! Lol! Da geht immer mehr ab hier, ne? Ja, chill doch! Du bist so lächerlich, Mann. Lass mich da in der Ruhe. Ja, ey, du musst jetzt nicht deine Moves doppelt und dreifach einsetzen, während ich nichts machen kann. Das ist voll link, ey. Ja, sicherlich. Ja. 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 Ich dachte jetzt schon Mann Du Jetzt hör doch mal auf, immer deine gleiche Scheiße einzusetzen Das ist voll der reinste Blödsinn Ja Der wird immer aggressiver Oh, Junge Ey, ich kapier das nicht Worum die immer so abgedreht Scheiße sein müssen Ja, komm Du bist ein ganz toller Ja Das regt mich jetzt gerade auf, dass ich nichts einsetzen kann Nur weil er hier seinen Hier Status da Veränderungen gemacht hat Oh, ich krieg so einen Rappel, ne Wenn der so einer gibt, der noch so einen scheiß Status noch Veränderungen macht So Ja Ey, wet Mann Oh, der ist voll kacke, ne Ja Ey, gibt's nicht mal was, was hier richtig gut ist Äh, doch Ja, ey Wie viel Leben der abzieht gleich sofort, ne Ey, der kann nicht mal chillen oder so Er muss gleich hier abdrehen mit seinen Attacken Ja, geil Wenn ich jetzt verkacke, dann Lose auf a lose, Alter Dann bin ich dann Ich bin gar nicht mehr würdig, das überhaupt Weiter zu machen Mann Ey, ich kann nix machen, Mann Ey, das ist so ein Blödsinn, ey Ey, ehrlich, ich hab ihn fast besiegt, ne Ja, und dann kommt er hier mit seinen, oh, ich höre nicht mehr auf und Moves einzusetzen, ey Das ist so ein lächerlicher Scheiß, Mann Ehrlich Ich hab ihn fast besiegt und dann kommt er hier an, oh, du kannst mich doch nicht besiegen, ey So eine Scheiße, Mann Der will mich echt reizen hier, der ist richtig scheiße, der Typ, ey So ein eingebildeter Fuzzi, weißt du, der denkt, der wäre Overpower hier mit seinem scheiß Doppelkling da, ey Oh, ey, so einen Boss hab ich noch nicht gehabt, ne So einer, der so richtig Pritrida angreift hier und nicht mehr aufhört Ja, komm Ah, chillert dein Leben, Mann Ehrlich Ja, kein Bock auf deine blöden Scheißfaxen, ey Und Moves kann ich auch nicht einsetzen, weil er mich schon wieder hier so ein Statuskack gegeben hat Oh, leih, Mann Komm, kack ab und nerv mich nicht, ey So ein scheiß Gegner hier überhaupt Der Typ ist ja richtig ranzig Nein, nicht dahin gehen Naja, egal, so Ah, ich setz meine Blades ein, ich bin so toll Ja, Andy Slash, oder Ja, wie viel der abzieht Der ist Der ist so lächerlich, Mann Der ist so lächerlich, dieser Typ, ey Mann Er kann doch nicht aufhören mit seinen Scheißmoves, ne Ich kann nämlich nicht mehr heilen oder so Nein, da muss er gleich immer draufsmaschen Lässt auch keine Ruhe den Typen Nein Finde ich auch geil so was Das ist auch der King, ey, weißt du Ehrlich, ey, da hab ich noch viel mehr Bock Diesen arroganten Typen hier zu besiegen, ey Der denkt, der wäre hier so toll Immer diese fantasievollen Helden, ey Mann Schon wieder macht er so einen Kack mit mir Ja, Junge Oh, du bist so toll Oh, ja, 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 ja Du bist so toll, ey Du bist so toll, ey Ehrlich, Mann Du bist so toll, da will ich dir am liebsten Dir 3.000 Mal in die Fresse hauen, Mann, Alter Scheiß Fucker, Alter, ehrlich Boah, was für ein Arschloch, ey Ey, kannst du mal aufhören mit deinen Mit deinen gleichen Kackmoves Das ist einfach amateurisch, ey Weißt du das Du bist so armselig, Mann Nein Mann Ja, ich komm nicht an den ran Immer der Vortritt mit seinen Moves Aber eigentlich hab ich dich gebashed, du blüder Pisser Eigentlich, Mann Gibt's doch nicht, ey Wie der einen voll genervt hat So, jetzt habt ihr mal einen richtigen Rage Von mir gekriegt, ey Von diesem Scheiß-Game, Mann Ja, ich muss jetzt mal so raushauen, ey Scheiß-Game, nein Ist eigentlich voll geil, aber Der hat mich richtig aufgeregt, dieser Pisser, Mann Weil er einfach nur schlecht ist Kackmoves Ich bin weggezogen, Entschuldigung. Wenn du noch nicht entschuldigt bist, werde ich dich später wieder kämpfen. Jetzt müssen wir gehen. Hm. Ivor, ich habe etwas sehr wichtiges für dich. Es ist wichtig, dass niemand andere auf die Hand zu bekommen. Es ist wichtig, wie meine Leben. Die Leben der vierte sind auf die Hand. Und du hast es mir vertraut? Ich werde es gegen meine letzte Zauber, Frau Mila. Ich wusste, dass ich mich auf meine Hand zu betrachten kann. Jetzt zurück in Nia Cara. Was? Deine Aufgabe ist es zu schützen Nia Cara. Aber Frau Mila, mein Platz ist mit dir! Ich mache mich nicht zu sagen. Ich mache mich nicht zu sagen. Guck. Hör auf und geh sie! Aber nicht vergessen, wer die wirkliche Handmaid ist! Dieser Mann! Äh, sicherlich. Und ich versuche, ich werde nicht resten, bis Mila wieder geht. Du hast das richtig! Scheiße! Oh Mann! Cressix-Schlüssel! Also der Typ hat mich richtig aufgeregt mit seinen blöden Kacken-Moops, ne? Also der ging ja überhaupt nicht, ey! Was der hier für Aktionen bringt hier. Abgedrehter Scheiße, ey, wow! Nein! Den Rest kann ich jetzt eigentlich noch mit Geld zahlen. Wunderbar, weil wir jetzt ja die neuen Handschuhe kriegen. Ist das eigentlich für Mila? Ne, das ist hier für, ähm, Erwin. Das ist hier für, ähm, Elisa. Und das ist eben halt... Silberhandschuhe haben wir noch nicht genug Cash dafür. Müssen wir was verkaufen. So. Wow, das gibt uns auf jeden Fall richtig viel Power. Ich stelle hier auch gleich aus damit. Wenn wir gleich die neuen Handschuhe haben. Und wir sollten jetzt... Begib dich zum Saptra... äh, Saptra... Seehafen nach hier unten. Achso, wir können uns... Ich kann hier jetzt aufmachen. Ja, aber das werden wir im nächsten Mal machen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Sorry nochmal wegen meinen Rage, aber das ging gar nicht. Also, da... Ist richtig ranzig gewesen. Auf jeden Fall, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein würdet. Und ja, schickt meine andere Projekte, Leute. Also haut rein. Euer Jigatobi. Haut rein.